Ja gut, ich glaube, das waren meine drei Punkte, die ich gerne ansprechen wollte zu dem Film. Ansonsten ist der Film sehr gut gemacht, er ist lustig gemacht, er ist ein bisschen frech, ist eigentlich eine ganz gute Mischung, gute Unterhaltung, aber eben bei den Fakten, da gibt es so ein paar Dinge, wo ich sagen würde, da ist einfach unsauber gearbeitet worden oder vielleicht auch mit Absicht einfach unsauber gearbeitet worden aus ideologischen Gründen. Und ich finde halt, dass Milton Friedman hier etwas Unrecht getan wurde an manchen Stellen. Okay, das war es von mir, jetzt könnt ihr euch den Film angucken, aber nehmt euch genug Zeit, ich glaube, der dauert ziemlich lange, sonst guckt ihn in verschiedenen Zeitabschnitten, ich denke, das tut auch nichts Schlimmes. Er ist, glaube ich, gut aufgeteilt in gute Abschnitte, die man sich nacheinander angucken kann. Also, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, man kann ja auch auf Pause drücken im Zeitalter des Internets und später weiterschauen. Auf Wiedersehen. Ich sage das. Ich sage das. Vielen Dank.